Moin moin und herzlich willkommen zurück zur Jedi Fallen Order. Ich bin Keiji und wir befinden uns immer noch auf Bogano. Und wir müssen jetzt zurück zum Schiff, weil wir nach Zepho müssen. Zepho. Ich glaube, das wird wieder eine Kletterpartie. Ja, aber darin sind wir ja schon mittlerweile ein bisschen zumindest geübt drin. Und wir schaffen. Und da steht auch unser Schiff. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Green. Oh oh. Oh oh. Da wollte ich eigentlich nicht entlang. Ähm. Ja. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Und dann jetzt hier raus. Ja, so kann man sich, äh, kurz vorm Schiff nochmal schnell verlaufen. Dann müssen wir nochmal hier lang rennen. Umso mehr Übung kriegen wir. Ihr werdet in den vergangenen Folgen ja gesehen haben, dass ich, äh, manchmal ziemlich Schwierigkeiten habe. So, jetzt laufen wir das Ding aber mal hier. Habe ich mich gerade erschrocken. So, wo kann man denn hier? Wir müssen doch jetzt nicht da runter und an der Wand entlang laufen, ne? Aber ich glaube doch... So, jetzt haben wir's geschafft. Wir sind aber beim Schiff. Hallo, da bin ich zurück. Endlich. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter! Von meinem Sofa! Geh weg, geh weg! Raus hier! Das ist BD1. Einer von uns hier. Mir egal, zu wem er gehört. Hast du ne Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Zepho. Ein Jedi namens Eno Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holokron aus den Archiven. Es enthält eine List der machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Boganu. Halt, Moment mal, Moment mal. Ein Holo, was? Holokron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holokron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planetendatum ihr gesagt und über eine Seppo-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Seppo, du hast die Wahl. Ja. Datumir oder Seppo. Reisen wir ab? Sehr gut. Ich sitze nämlich nicht gern rum. Prima, man kann sich die Planeten aussuchen. Seppo, Organo. Ich denke mal, hier ist unser Endgericht. Erstziel. Hauptziel, genau. Richtig. Da werden wir auch als erstes hinreisen. Auf nach Seppo! Oh, man kann doch jetzt die Zug, die man hier abhebt. Hören Sie diesen Dreck? Schalten Sie ab, Grease. Diese Lügner. Meinen Sie, den Müll glaubt irgendjemand? Zu viele auf den Kernwelten. Für sie hat sich seit der Übernahme durch das Imperium kaum was verändert. Ach kommen Sie, einige sind heute reicher als zuvor. Nicht so wie auf den entbehrlichen Welten. Nicht wie auf Lateron. Solange der Imperator die richtigen Leute zufrieden stellt, wird das so bleiben. Deshalb brauchen wir die Jedi. Dann sollten wir das Holodink schleunigst holen. Ja. Während wir reisen, äh, äh, wenn wir ein bisschen das Raumschiff ergeben. Ja. Setzen Sie sich zur Landung in den Cockpit-Sessel. Wollte eigentlich noch mal, äh, schauen, was wir jetzt an Fähigkeiten hier haben. Drei Sachen haben wir. Er lernt. Ähm, so, Anpassung. Aha, gesammelt hier. Oh mein Gott, wie sieht der da aus? So ein Arzt. Der Rourke. Ach, meine Güte. Jetzt auch ein paar Skits verpassen, oder was? Jo, echt? Ah, das Premium-Immerhalt, okay. Ja. Au. Cool, das Raumschiff kann man auch umändern. Ah. Eine frischere Farbe, das Gold. Anfang. Ja, okay, wir werden da auf jeden Fall, man sieht es ja hier, ähm, jede Menge zum Freischalten kommen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall geile Sache. Wenn wir was schön suchen können. Sammeln. Suchen und sammeln. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Äh, vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt, von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung, genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, 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 festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich such bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Carl, hier drüben. Gute Arbeit auf Pogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sefo sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich hab von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sefo besessen war. erhielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Mir gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Das werden wir jetzt tun. Oh, seh ich da ne Truhe? Jawoll. Na gut. Was ist das, BD1? Oh, ein neuer Skin für dich. Blau 1. Wir gucken uns direkt mal an. Bin ich eigentlich noch besser als den Premium-Inhalt? Ja. So kannst du rumlaufen. Dort. Guck mal, hier ist verschlossen. Sie ist verriegelt. Gut gedacht. Dann müssen wir uns einen anderen Weg reinboxen. Hier geht's doch rein. Das ist der baufällige Hangar. Die nächste Kiste. Neue Sponcho-Material. Weiß das... Ah. Können wir uns mal anders kleiden. Ich hoffe mal, jetzt sieht man... Oh mein Gott, wir kriegen... Richtig schöne Kleidung. Jo. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Sieht gar nicht so schlecht aus. Guck mal hier rein. Diese Tür bewegt sich nicht. Ist verschlossen hier. Hier sind auf jeden Fall Strumproblei in der Nähe. Müssen wir mal aufpassen. Ich hab da vorhin draußen einen Weg gesehen. Den können wir entlanglaufen. Vermut' ich mal. Ja. Oh, da nehmen die aber einen Sturmtruppler auseinander. Ja. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, Lede. Abgefrühstückt, fertig. Ja, war ein Sturmtruppler. Hä? Kerl, kannst du mich hören? Das Imperium. Sie haben Seppo. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Ja, die Fähigkeitspunkte werden wir gleich mal, äh, teilen. Erstmal gehen wir hier hoch. Boah, wo kommt der denn her? Mensch. Lass mich los. Oh, da ist nur einer. So. Schluss jetzt hier. Aber da kann man noch... Da werde ich, glaube ich, nicht hochkommen. Nach meinem Glück. Ui. Wie war das nochmal? Mit Licht machen? Jawohl. Das Orange sieht schon sehr nice aus. Wieder ein Echo? Wann denn hier ein Baby? Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Da sieht man echt gar nichts. Geil, schon wieder eine Kiste. Ein Stimpfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Stimpfachs sind immer gut. Jawoll. Stimbehälter erholen. Wir können jetzt alles dem Pack mehr tragen. Das ist ja perfekt. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen aus dem Dunklen. Dunklen. Anscheinend müssen wir doch den, äh, Wichter hochspringen. Vorhin. Ja, versuchen wir mal. Unser Glück. Ja. Ähm. Ja, schön. War mir schon wieder klar. Wenn ich das nicht schaffe. Ei, 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 ei. Ja, anscheinend kommen wir hier erst mal nicht weiter. Ich denke mal, wir müssen nach Dathomir oder wie der Planet heißt und da erst mal, ähm, schauen. Ich vermute mal, wir müssen was, äh, lernen, um hier diesen Vorsprung hochzukommen. Weil ich hab alles versucht und, äh, ich hab's nicht geschafft. Und deshalb, äh, werde ich jetzt zum Schiff, zum Schiff zurückgehen und, äh, nach Dathomir fliegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir das Däumchen hoch und tschau tschau zur nächsten Folge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017